So, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare und verspielen wir hier Piccadilly, London, England, ich würd sagen, legen wir los, let's go. Okay, dann wollen wir mal. Auf den Boden, sofort. Dennis, sag's nicht noch mal. Sehr schön. Staffe, Staffe. Nein. Ist er sicher? Fuck, Brock ist tot. Sie haben ihn erwischt. USBV Detonation am Piccadilly Circus. Beamte am Boden. Mehrere zivile Verluste. Wir brauchen hier sofort Sanitäter. Verdammte Scheiße, Kyle. Sie sind noch nicht fertig. Bewegung. Holen wir sie uns, Kyle. So, und seine Geeker braucht man nicht mehr. Men like Stelle. Men like Stelle. Wir haben allmohin gesenkt, den 09. Hier sind die Klinge, die uns holen, und der wird rot. Auch, dass die Klinge, die uns holen, und der Gewinne, die wir uns holen. Wollen wir hier mal ausbreiten. Wir haben beschissene Pistole. Wir haben beschissene Pistole. Wir haben beschissene Pistole. Wir werden uns verhören. Überraschung! Überraschung! Durat! Durat! Dorschlage! Die An alle Einheiten! An alle Einheiten! An Angriffe am Ticket Elite Service! Wir sind auf die Militär! Ich bin auf die Militär! Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier! Du darfst nicht! Du darfst nicht! Oh Gott! Insicherheit! Alle Einheiten! Wohnen sich nicht teuer! Wir sind in der Militär Gegend! Raven Saber 2! Geiseln gesichert! Einverlässiger Tod! Elektromarkt! Nördliches Gebäude! Verstand! 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 Nystio! Bisschen ganzen aufpassen hier! Verstand! 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 comprehensive Serial! Verstand! Racketenwerfer vom Dach Ey. Aus dem Fenster, die schwein, ne? Trojan, sofort! Alpha Whisky, 1609, einstürzt! Kaum noch Muni, ey. 31 Schuss machen. Wir brauchen eine Einheit bei den beiden vorhandenen Einsatzpunkten an den Charing Cross Road und am Swiss Center. Und eine in der Nähe der BBC, nördlich vom Oxford Circus. Und den Rest eurer Einheiten zur letzten bekannten Position der Schützen. Soho und Regent Street unterwegs nördlich. Oh, Schütz! Die Bühne ist im Nordwesten zurück. Die Bühne sind in der Kольplatte, im Nordwesten zurück. Wir brauchen alle Einheit bei den Kälplatten und Gebäude. Sofort! Alpha Whisky, 440, einstürzt! Alle in Fass und drei, 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 drei! Oh, er hinter mir die kleine Sau. Der Hafer ist nicht zufrieden, der Alten ist nicht zufrieden. Ich bin zu Fuß unterwegs. man kann nur die waffe hier jetzt sind die waffe mit drei schuss alle einheiten zu explosion am leicester square die alpha whisky 2 achtet auf mögliche weiter hier selber zu buchhandlung gesichert auf empfangen bleiben oder wir werden hier drauf Granate, ey. Oh, shit, ey. Da haben sie sich aber diesmal wirklich was einfallen lassen. Ja, ja, rück dich ab, ey. Alles gut. Hast du ne Waffe? Ja, Sir. Wolltet ihr mich echt abstechen, ey? Gibt's da ja, ne? Die Ecken überprüfen. Hilfe! Geisel, da oben. Eine Geisel, ne. Mehrere Geisel. Hilfe, bitte! Hilfe! Hört mich jemand! Nimm das ab, bitte! Nehmt mir das ab! Sarge, ich brauch sie hier. Hilfe! Ich gehöre nicht zu denen! Alle einhalten. Hier ist ein Mann mit einer Bombe am Körper. Bleibt auf Distanz. Ich will nicht. Bitte, ich will nicht. Ich will noch auf. Es geht nicht auf. Ich will sie ihm helfen. Ich versuch's. Ich will meine Welt hin. Sie geht hoch. Ich schaff es nicht. Keine Zeit. Ich schaff's nicht. Hilfe! Oh, nein! Was ist das? Das ist das? Nein! 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 Nicht schlecht. Auf jeden Fall Problem gelöst. An alle. Bombe geräumt. Wir kommen raus. Sanitäter! Bleiben Sie ruhig. Wir bringen Sie hier raus. Verletzt? Bin okay. Nein! Sie sind heute ein Held, Sergeant. Das hätte gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe's keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir, ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, Sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ursykstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen. Oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim? Nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander! Wir müssen los! Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? General Barkos, Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du. Kämpfst du auch. Ja, Renato. Merhaba, Leo. Ich san Alex. Dann komm mit. Ohne die Tunnel wären wir tot. Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Sprengsätze. Das wird sie aufscheuchen. Und lockt die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Also die Mission, die war schon recht ordentlich. Und ich würde sagen, diese Mission machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde von Call of Duty Modern Warfare. Also, bis dann. Und bis dann. Wird sie brauchen. dom2.0 Wir brauchen. Vielen Dank.